Willkommen zurück zu SFS Colony. Heute werden wir die MS Colony ein bisschen erweitern und zwar mit diesem Truss-Segment. Das ist das Truss-Segment Mittel 3 und hier ein Großmittel-Adapter. Und so sieht das Ganze aus. Das ist obendrauf auf einer Atlantis 2 V2 und wir haben hier natürlich diese sechs Adapter. Wir werden die äußeren vier davon benutzen und zwar werde ich da Lander dran klatschen, damit wir Module nach Europa, also auf die Oberfläche von Europa bringen können. Ja, wir werden das ran machen und direkt danach werden wir auch die Lander ran machen. Dazu noch später was. Wir fangen jetzt einfach an mit diesem Modul. So. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Da sind wir gerade gelandet. 0,3% sind übrig geblieben und der Treibstofftank ist explodiert, der da bei dem, ja, bei dem Landepad oder bei dem Startpad war. Na gut, muss ich mal wieder ersetzen. Bisschen doof, aber okay. Jetzt haben wir hier die Erweiterung vorne dran und ich kann das gar nicht wirklich ansehen. Also, ähm, ja, das ist sehr hier drauf auf die Masse fokussiert, deshalb kann man da schlecht sehen. Aber jedenfalls ist es dran. Und jetzt machen wir noch die Landa dazu. Da haben wir die Landa, ähm, zwei Stück hier drinne. Das heißt, ich mach zwei Flüge davon. Das heißt, ich werde den zweiten Flug nicht mit aufnehmen, weil das genau dasselbe ist. Aber wir haben hier eine Atlantis 6 V2. Und ja, die Nutzlastverkleidung sieht ein bisschen dumm aus, aber zusammen machen die gerade mal 45 Tonnen aus. Und dafür eine 60 Tonnen Rakete, also die Atlantis 3 zu benutzen, ist ein bisschen übertrieben. Deshalb hier die Atlantis 6 und wir fliegen los. Und das ist ein bisschen übertrieben. 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 Das ist ein bisschen übertrieben. Und das ist ein bisschen übertrieben. mit 0,9%. So, Spiel fortsetzen und dann gehen wir wieder zurück. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!